Musik Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade dabei, mich anzuziehen. Und, hallo Nala, werde jetzt nicht auf den Weg machen. Ich muss einkaufen und für meine Oma was erledigen. Und ganz viel so Zeug für meine Oma zur Sparkasse. Und zum Friedhof. Blumenholen. Alles mögliche. Also werde ich jetzt erstmal ein paar Stunden unterwegs sein. Genau. Was fehlt mich da? Nicht mich. Hello, ich bin jetzt zu Hause. Und muss als allererstes an dem PC fahren. Ich bin so dumm. Ich brauche die Speicherkarte. Ich muss nämlich jetzt meinen Vlog schneiden. Und in der Zeit überlege ich mir, was ich jetzt mal esse. Das mache ich jetzt zuerst. Ich muss schnell den Vlog schneiden. Das ist jetzt nämlich um drei. Und der muss um 18 Uhr online kommen. Deswegen bin ich ein bisschen gerade im Stress. Und das hat alles voll lange gedauert. Also ich bin halt jetzt erst zu Hause um 15 Uhr. Und was esst ihr so? Also ich ein bisschen Fleisch mit circa einem Kilo Brokkoli. Läuft bei mir, würde ich sagen. Geil. Leute, schaut mal übrigens, was wir bald geschafft haben. Wir haben bald die Anforderungen geschafft, dass wir offiziell YouTube-Partner sind. Und es fehlen nur noch knapp 200 Wiedergabestunden auf diesem Kanal. Mega geil. Freue ich mich voll drüber. Ich bin jetzt übrigens fertig mit dem Vlog. Hab gegessen. Oh, dieser Husten. Und muss jetzt noch einiges hier erledigen am PC und sowas. Und ich glaube, ich muss auch noch mal kurz einkaufen und zur Sparkasse. Dabei war ich heute den ganzen Tag unterwegs. Ich hab keinen Bock mehr. Ich glaube, ich muss noch mal schnell. Und dann werde ich mich ans Video schneiden setzen. Damit das Video für Mittwoch schon mal fertig ist. Genau. Ich hoffe, ich schaffe das heute. Mal sehen. Ich habe auf jeden Fall einiges noch vor heute. Ich muss auch noch Wäsche waschen, saugen. Ganz schön viel muss ich noch machen. Hm. Wird schon werden. Ja. Hast du dich erschrocken, ne? Ihr Opfer, ey. Schau dir den an, ey. Spacko. Jetzt hat er mich erwischt. Ach, ich stelle nichts an. Spacko. Wääh. So, das ist die Buch. Tschüss. Tschüss. Unschloch. Unschloch. Ey. Ey, Fristachs. Wie er da drin liegt. Hallo. Nicht hauen. Guck mal, wer da noch mitkommt. Was ist das Ding? Wo robst du dich denn hin? Hm? Hm? Du bist so ein Opfer. So mein Opfer. Ihr Quetschgesicht. Tatsächlich eine Pflaume. Aua. Und du? Guck mal mit der da. Wie die da guckt. Was ist los? Komm. Aua. Jetzt fängst du mich. Aua. Hey, 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 hey. Jetzt kommen sie alle hier. Au. Das ist so ein Spacko, ne? Aua. Arme, arme, arme. Okay. Okay. Ja. Elsa, komm. Komm. Kuchen. Wer guckt? Ja. Kann ich ihn jetzt anrufen? Kann ich ihn jetzt anrufen? Hier, hier, boxen. Ja. So. Hey. Das beeindruckt ihn nicht sehr. Hö, hö, hö. Oh ja, ja, ja. Los geht's. Zah. 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 Die ist noch ein bisschen her. Oh. Oh. Wie der da runterhängt, ey. Oh, Hänger. Au. High five. Das ist nicht high five. Das verstehst du falsch. Du bist ein Spacko. Ich komme gleich wieder. Ciao. Okay, tschüss. Oh, Leute. Dieser Tag ist ein absoluter, nicht vlogbarer Tag. Ich bin die ganze Zeit nur am Arbeiten. Ich war erst den ganzen Vormittag unterwegs. Dann habe ich hier Papierkram gemacht. Sauber gemacht. Und jetzt sitze ich die ganze Zeit am PC und schneide. Fabi und ich haben uns jetzt gerade zum ersten Mal heute gesehen. Es ist 21 Uhr und jetzt wird er noch lernen. Und ich werde weiter Videos schneiden, solange bis wir schlafen gehen. Und das werden komplett unsere nächsten Tage. Schön. Naja, kann man nicht ändern. So ist das halt. Ja, deswegen werde ich jetzt auch weiter schneiden. Also ein nicht dazu spannender Vlog. Es tut mir leid. Aber dafür hoffentlich ein cooles Video, was ich schneide. Ja, ich habe nämlich für das Video für Mittwoch über 40 Minuten Videomaterial. Da muss ich mich heransetzen. Ja, 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 ja. So, Leute. Wir werden jetzt ins Bett gehen. Wir sehen uns morgen wieder. Oh, ist klar, Alter. Ist klar, Alter. Bis morgen.